Mein Bäcker klingelt wochentags jeden Morgen um halb sieben. Es ist ein Radiobäcker und wenn er losklärt, beginnen gerade die Nachrichten. Danach höre ich genau ein Lied, springe dann aus dem Bett direkt unter die Dusche. Zähne putzen und waschen, anziehen, Bett machen. Für alles brauche ich jeweils fünf Minuten, sodass ich fünf vor sieben beim Frühstück sitze. Selten, dass Sechsklässler die vorderen Plätze im Luckenwalder Kreistagssaal einnehmen. In der Regel dann, wenn der Kreisentscheid zum bundesweiten Vorlesewettbewerb ansteht, so wie am 21. Februar nun bereits zum neunten Mal. Zuerst sind ja die Schulentscheide in den Schulen des Landkreises, dann sind die Regionalentscheide in den einzelnen Bibliotheken des Landkreises und dann kommen die Besten, wie gesagt, zu uns. Insgesamt zehn junge Vorleser waren im Kreishaus dabei, drei jungen, sieben Mädchen. Im ersten Durchgang wurde ein Ausschnitt aus einem selbstgewählten Buch vorgelesen. In Runde zwei galt es, sich bei einem Fremdtext zu bewähren. Organisiert wird der Wettbewerb vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Die Idee dahinter, bei Kindern Lesekompetenz und Freude am Buchlesen zu fördern. Manche Bücher haben so einen Geruch von Leidenschaft und das ist einfach an modernen Geräten nicht mehr möglich. Also Lesen wird mich immer begleiten, weil es einfach Spaß macht und inspiriert. Also es gibt natürlich auch Bücher, die sind sehr gut geschrieben und das geht halt mit Computern und so nicht, finde ich. Also es ist für mich sehr wichtig, dass ich trotzdem gerne lese, trotzdem vielen Handys und Computern. Mich begeistert am Lesen, dass man einfach in die Geschichte eintauchen kann und damit richtig dann sich auch was nehmen kann. Nicht nur wie beim Film, da spielt das Band ab und da guckst du das. Aber beim Lesen, da kannst du dich richtig in die Geschichte hineinversetzen und kannst es mit deiner Art ausdrücken. Weil man dann auch so manchmal in einem anderen Leben, sag ich mal, drin ist und man kann sich in die Person hineinversetzen. Und ich spiele natürlich trotzdem Nintendo oder Handy oder so, aber ich lese halt auch sehr gern. Wir unterhalten ja eine Fahrbibliothek für all die Kommunen, die über keine öffentliche Bibliothek verfügen. Und wenn man mal schaut, dass über 20.000 Buchausleihen erfolgen im Jahr, dann nimmt man auch wahr, dass es ein großer Bedarf ist, den wir unbedingt fördern wollen. Mit in der Jury saß Jakob aus dem Rangsdorfer Ortsteil Großmachnu. Der Zwölfjährige gewann im letzten Jahr Kreis- und Landesentscheid, vertrat Brandenburg im Bundesfinale. Die Aufregung der Teilnehmer konnte er bestens nachempfinden. Also es ist auf jeden Fall viel entspannter, als da vorne zu stehen. Und ich kann auch verstehen, wenn sie alle aufgeregt sind und dann so ein paar für Hassblabber. Es kommt halt auch darauf an, wie sie sich in die Person hineinversetzen und ob sie zu schnell lesen oder abgehackt oder langsam lesen, ruhig und betont. Den Kreisentscheid gewann am Ende Juliana Röder aus Blankenfelde. Die Elfjährige hatte nicht mit dem Sieg gerechnet, freute sich umso mehr darüber. Für sie geht es nun zum Landesentscheid nach Herzberg. Ich lese auch meistens schon Bücher, die eher für ein bisschen ältere Kinder gedacht sind. Es macht einfach Spaß, in andere Welten, sage ich mal, zu tauchen. Ich habe auch kein E-Book oder so. Ich finde, wenn man ein richtiges Buch in der Hand hält, ist es dann doch schon irgendwie was anderes.